Moin, hallo und willkommen zurück zu Dinkum in einer fixen Kurzaufnahme. Wir schauen mal, wie lang die Episode heute wird. Ich guck mal, Fischen-Tipps da. Hier ist ein Fischen-Tipp für den Frühjahr. Ein unendiscovered Fisch hat in den Rüdern gespottet. Wenn jemand ihn finden möchte, sollte er früh früh fischen. Also jetzt zum Beispiel, ja. Dann geben wir mal das Buch. Das Buch, das Buch, wo ist denn das Buch? Das Buch ist hier. Das Fisch Bucke und dann gucken wir mal, wir sind ja hier im River. Ja, am River. Da ist jetzt aber nichts Interessantes. Da ist ein Fragezeichen. Hat er nicht registriert. Das ist aber der große Fisch hier, glaube ich, ne? Splooch. Komm her, großer Fisch. Oh, ist der falsche. Toll. Genau den wollte ich nicht angeln. Komm her, hier. Er soll sich angeln. Das ist nicht der Fisch, den ich haben wollte. Der haut ab, der Fisch hier. Guck mal. Das ist doch schon ein großer Fisch. Was ist denn das für ein Fisch? Komm her, mein Freund. Alter, der lässt sich aber nicht locker hier. Was ist denn das für ein Fisch? Was ist denn das für ein Fisch? Was ist denn das für ein Fisch? Wow. Ein Golden Perch. Der ist aber riesig. Okay, den haben wir, glaube ich, noch nicht. Den können wir auch direkt abgeben. Nice. Neuer Fisch. Gleich zu Anfang. So, hey, Theodor. Ich habe was für dich. Willkommen im Museum. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Dänische für dich. Oh, hast du mir mitgebracht? Ich habe dir den Golden Perch mitgebracht. Oh, mein Golden Perch? Unsere Collection ist immer noch ein Golden Perch. Du willst, um den hier zu donateen? Ihr Freund ist outstanding. Das war's. Wir können nur ein bisschen quatschen, um dein... Herzchen loszumachen. Lass uns reden. Oh, wir wollen uns reden. Äh, was gibt's? I don't go outside too much. Ich gehe nicht so oft raus. There is not enough order out. There is so it can be... Can get a bit overwhelming. There is not enough order out. Ich weiß jetzt nicht genau, was man mit order out meint. Das muss wieder ein Dingens sein. Es kann sehr überwältigend sein. Okay. Es geht nicht geordnet zu. Oder wie? All the plants and people and animals are just going around, doing whatever they want. All over the place. Ja, im Grunde genommen können wir das so sagen. Das ist nicht geordnet. Er mag es ordentlich. Er mag es bürokratisch. Er mag es... Ähm... Ja. Im Grunde genommen ein geordnet Teil, ne? Chaos. Ja, immer kein Chaos. Okay, mach's gut, Seeho, oder? Er ist ein Control Freak. Aha. Okay. Dann hat man was gelernt. So. On a trade? Nein. Cap hab ich schon. Hey, John. Ich muss kurz ein Fisch loswerden aus meiner Hose, weil das klingt irgendwie falsch. Nee, ich muss mehr als ein Fisch loswerden. Hier. Guck mal. Fünf Fische. 13. Wow. Okay, nice. Dankeschön. Fünf Ticket-Prices. Ja, dankeschön. Dann kaufe ich mir gleich ein T-Shirt. Das kann ich mich gleich abgeben. Dann, wenn hier wieder einer was haben will. Ich könnte es natürlich traden mit Theodore, ne? Aber will ich das? Ach komm, wir machen es für die Punkte. Für die Punkte. Kriege ich überhaupt Punkte? Ich glaube nicht. Das Cap hab ich schon, aber ist egal. Ist egal. Hey, Theodore. Da bin ich nochmal. Lass es reden. Ich hab die Aufgabe erledigt. Oh, hier hinterlässt du mein Black Baseball Cap hier. Wanna trade? Hier. Den guckst du halt. Okay, das ist der Verdiero, jo? Hier ist mein Black Baseball. Okay, dankeschön. Doch, wir haben ein paar Punkte gekriegt. Siehste. Mach's gut. So, dann geh ich mal ganz schnell zu Fletch. Geh ich zu Fletch? Weiß ich gar nicht. Muss ich zu Fletch? Wir haben ja keine Bauaufträge mehr, ne? Langsam ist es ein bisschen empty hier. Hey, Fletch. Hat sich Fletch und Rain gerade unterhalten? Ähm. Lasst uns über Lizenzen reden. 4.000. Kann ich mir noch nicht leisten. Äh, was kann ich tun? Lass uns über die Stadt reden. Kann ich Dietz sehen? Wir haben keine Dietz. Okay, mach's gut. Können wir beide weiterquatschen. Hey, Owen. Ähm. Was mach ich denn jetzt? Ich müsste noch mehr kochen. Ich könnte mal nachgucken gerade. Ob die Sachen fertig sind. So, was mach ich denn jetzt die ganze Zeit? Ich muss noch was für Dings einkaufen, wenn ich das richtig sehe. Das ist alles fertig. Wir müssen noch so viel herstellen. So viel machen eigentlich. Wir haben noch so viel Weizen. Ich stopfe das mal alles da rein. Ich habe Sugarcane hergestellt. Guck mal. Sugarcane. Da träume ich mal da gerade hin. So. Und dann gucken wir mal. So. Leere Hand. Geht mal her. Was mach ich denn heute? Weiß ich noch gar nicht. Die Felder und im Grunde nur der alltägliche Wahnsinn im Augenblick, ne? Ich würde gerne noch ein paar andere... Uäh. Ein paar andere Sachen machen, aber im Augenblick... Ich würde gerne noch mehr Sachen bauen. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht was vorbereiten könnten. So. Das kann da noch rein. Jelly Time. Wir könnten Jelly mal herstellen. Warte mal. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hier. Hau mal da rein. Wenn wir die schon kriegen, können wir die auch machen, ne? Okay. Das läuft alles. Drei Schlüssel haben wir gekriegt. Immerhin. Immerhin drei Schlüssel. Die ging gleich da rein. 50. Siehst du? Da haben wir das schön aufgefüllt. Ich muss eigentlich mal... Huch. Ticket Prices. Aber hier. Da ist ein Spaceball Cap drin. Hast du gesehen? Habe ich schon. Tja. Wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir... Ähm... ... noch ein paar andere Sachen kriegen. Oh. Guck mal hier. Ein Space Suit Shirt. Okay. Ich schmeiße das mal rein. Das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Aber hey. Das will ja doch einer haben. Space Suit Shirt. Da fehlt der Rest noch vom Raumanzug. Der Helm fehlt uns noch. Dann haben wir ja das sehr abgefahren. Okay. Nice. Damit habe ich nicht gerechnet. Kacke kann ich nochmal mitnehmen. Da ist noch so viel Kacke hier, ne? Stimmt. Ich wollte ja noch die, ähm... Felder noch abarbeiten. Mit dem ganzen, ähm... Kupfer und so. Hi, ihr Lieben. So. Und dann... Füllen wir das einfach wieder auf. Kacke. Das ist echt Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Guck mal. Hier ist noch mehr Kacke. Die nehme ich mal wieder mit hier. Damit es wieder ein bisschen sauber ist. Alter Schwede. Hier ist wieder über die Runde gekackt worden. Guck dir das mal an hier. Ich muss noch mal euch ein bisschen scheren, ne? Ihr habt ja so viel Wolle da. Guck mal. Zwei essen, meine ich. Zwei essen nicht. Hier drüben isst keiner. Und da isst er. Ne, doch. Da haben sie gegessen. Da haben ja doch alle gegessen. Okay. Da haben ja doch alle gegessen. Da war einer spät dran, wa? Wer hat sich gedacht, ich esse erst, wenn alle gegessen haben. Sehr nobel. Sehr nobel. So. Okay. Dann, äh. Wir müssen noch irgendwas kaufen. Heute ist Freitag. Heute hat, äh, Rain zu. Rain hat heute zu. Das ist, was wir können nur bei John kaufen. Ich muss unbedingt mal zusehen, dass ich hier noch ein bisschen was fertig kriege. So. Das ist wieder eine fixe Aufnahme hier. Es ist nämlich wieder so spät. Und ich muss die Aufnahme für morgen noch fertig kriegen, dass die morgen für euch dann noch fertig ist. Ich hätte gerne eigentlich für die Woche das geschafft, aber ich, ich schaff's fertig. Aber nicht. Ich, im Augenblick bin ich, bin immer am rotieren. Hier geht ja im Augenblick alles drunter und drüber. Ey, ich hoffe, dass sich das bald beruhigt. So. Okay. Machen wir das hier fertig. Sehr schön. Dann kann ich ja morgen bei Rain wieder einkaufen, ne? Glaube ich. Hoffe ich mal. Bin mir nicht sicher. Dann haben wir das auch gleich fertig. Ja, wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen, ähm, Metall finden. Dass wir dann noch verschmelzen können. Ich würde nämlich gerne hier noch ein bisschen Sprinkler anbauen. Und wir müssen auf jeden Fall noch die Tanks bauen. Das heißt aber, wir müssen die Felder noch mal umbauen. Optimieren, sozusagen. Das heißt, ich muss im nächsten Monat alle Felder noch mal abreißen. Oh, Backe. Alle Felder abreißen. Alle Sprinkler abbauen. Und dann noch mal gucken, dass ich das ein bisschen optimiert kriege. Die Felder müsste ich dann eigentlich ja umbasteln. Ne, wie mache ich denn das dann? Irgendwann würde ich schon gerne da lassen. Vielleicht muss ich das Feld auch kürzen oder umbauen. Aber ich muss die ja eh umbauen, weil die hier die großen Sprinkler haben. Die sind sowieso zwei Felder. Zwei Felder breit. Das heißt, die sind im Augenblick total ineffizient. Vielleicht brauche ich auch gar nicht so viele Sprinkler mehr dann. Müssen wir ja mal gucken. So, ausmelden, Dings ausgeben und zwei Tiere jagen. Okay, das kriegen wir hin. Erstmal geben wir Dings aus. Dings ausgeben ist kein Problem. Ich muss hier unbedingt den Park mal fertig bauen. Achso, ich könnte ja mal ernten. Warte mal. Habe ich denn irgendwas zum Einpflanzen? Ja, Sugarcane könnte ich anpflanzen. Das geht ja auch. Ja, komm, dann ernte ich das mal gerade. Ich wollte es eigentlich da lassen noch hier, aber hey. Dann ernte ich das gerade. Dann brauchen wir den hier. Und wir brauchen Sugarcane. Dann ernte ich das gerade. Ich hoffe, dass ich eine Großproduktion an Dünger bauen kann. Damit ich halt noch was fertig kriege. So. Machen wir es weg. So, alles weg. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Boah, 54 Weed. Holy moly. Gießen müsste ich das Zeug auch noch... Na komm, wir ignorieren das mit Gießen. Das wird schon wachsen, hoffentlich. Das dauert zwar 20 Millionen Jahre, aber das ist egal. Die Bewohner, die gießen ja wahrscheinlich auch dann. Es wäre cool, wenn die eigentlich ernten würden. Und dann auch wieder anpflanzen. Dann brauche ich das nämlich nicht machen. Dann kann ich mir die Arbeit nämlich sparen. So. Okay, hier ist es ein bisschen schwieriger. Weil das hier so schräg ist. Okay. Nur noch ist es auch nur so ein Dekofeld hier, ne? Dass hier ein bisschen was anderes ist. Ich hätte gerne eine richtige Mühle. Das wäre ganz cool. Eine richtige Mühle zum Mehl mahlen hier. Wir haben also eine kleine Mühle, ein Mini-Format hier. Aber ich würde gerne eine große haben. Eine richtige Windmühle. So. Dann haben wir das auch fertig. Also wir müssen ja Bäume auch noch fällen. Siehst du, fällt mir gerade so ein. Wir brauchen nämlich mehr Holz. Ich glaube, wir haben nicht genug Parmut. Dann könnte ich das eigentlich noch farmen. So. Ja komm. Dann ernten wir das jetzt auch noch weg. Dann ernten wir das jetzt auch gerade weg. Dann ist es weg. Ups. Jetzt habe ich die Blume gegendet. Das wollte ich gar nicht. Die bleibt da stehen. So. Okay. Alles mitnehmen. Keiner gesehen. Muss ich wieder Schrogerkern besorgen, wa? So. Dann haben wir die auch wieder gepflanzt hier. Das soll dann ordentlich okay sein. Zack, zack, zack. Okay. 32 habe ich jetzt noch. Ja, mal schauen. Wir könnten noch mal anfangen, die Häuser zu dekorieren. Das wäre auch eine Idee. Aber jetzt endlich mal gerade hier die Palmen. Vielleicht brauche ich doch noch ein bisschen mehr Palmen. Mal gucken. Die gehen schon was durch, ja? So. Okay, alles weg ernten. Ich hoffe, ich habe genug Material jetzt hier. Alter Verwalter. Klick, 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 klick. So. Zumachen. Okay, dann buddeln und neu pflanzen. Warte mal. Pack den mal gerade weg. 24. Boah, das ist mehr als genug. Das ist ja mehr als genug. Können wir hier anfangen? Warte mal. Mist. Jetzt kann ich es pflanzen. Da muss ich gleich wieder gucken. Da ist schon die Räuse drin. Okay. Ich glaube, wir müssen da doch zwei Reihen draus machen, weil das wird nicht reichen. Eine Reihe ist zu wenig. Eine Reihe ist zu wenig. So. Okay. Gepflanzt. Okay. So, wir können... Die Seeds können wir hier reinpacken. Guck, wir haben sogar nur die Seeds da drin. Krass. Okay. Dann können wir wieder gehen. Dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir ja doch ein bisschen was geschafft jetzt hier. Wir müssen noch ein bisschen jagen gehen. Geld ausgeben. Können wir gerade noch bei... bei John. Hey, John. Ich brauche was. Das hier. Mining Pass. Jo. Nehme ich. Danke. Mach's gut. Okay. Mining Pass haben wir auch. Jagen und was schmelzen. Tja. Was jagen wir denn mal? Wir können mal gucken. Hey, Rain. Aber erstmal sortiere ich meinen Inventar aus. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Okay. Dann schauen wir mal. Dann... Das geht hier rein. Mining Pass. Oh, wir haben sogar wieder noch eine Batterie hier. Nice. Holz. Geht da rein. Äh, Ernte. Geht da rein. Und Seeds und sowas geht alles da drüben rein. Okay. Das haben wir auch weg. Dann geht das hier hin. Noch ein bisschen was. Müssen wir noch mehr machen eigentlich, aber jetzt gerade erstmal nicht. So. Seeds kommen hier drüben hin. Und die geht auch da hin. So, wo war denn jetzt? Wo konnte ich denn... Wo habe ich das denn gefunden mit den Ohren? Was war das hier? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal hier lang. Ich hoffe es war hier. Bin mir nicht sicher. Ich habe es mir leider nicht mehr gemerkt. Das ist schon wieder zu lange her. Irgendwohin waren ganz viele Ohrs. Dich könnte ich jagen. Komm her hier. Zählt der? Der zählt nicht? Wieso zählt denn der nicht? Guck mal, der Knochen wabbelt noch hier durch die Gegend. Hä, wieso zählt denn das nicht? Der zählt. Okay. Mach's gut. Der zählt. Okay. Na schön. So, wozu habe ich denn die Ohrs gesehen? Irgendwo hier? Irgendwo habe ich die gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Oder hier drüben? Aber da gibt es wieder Ärger. Ich sehe schon kommen. Ich glaube hier irgendwo. Ich glaube hier irgendwo. Hoffe ich mal. Nix. Natürlich ist hier nix. Wenn ich hier nicht, wenn ich danach suche explizit, dann finde ich hier nix. Was denn auch sonst hier? Hier sind auf jeden Fall ein paar Steine. Nö. Hier war es definitiv auch nicht. Wo war denn das? Mist. Ich habe es wieder vergessen. Das kommt davon, wenn man hier zwischendurch mal aufnimmt und dann so viel um die Ohren hat, dann geht das ein bisschen unter. Ich bin hier lang gelaufen, um was zu gucken oder zu suchen, glaube ich. Will ich jetzt pauschal berotten und irgendwo bin ich halt auf Material gestoßen. Hier, da ist es. Mal gleich her. Können wir gleich ein bisschen was melden. Und dann ist die Episode auch schon da rum und ich habe noch ein bisschen was geschafft. Yay. Win-win-Situation. Ich hätte mir eigentlich was zu futtern reindrücken sollen. Ach, ist egal. Passt schon. Passt schon, passt schon. Da kommt auch nichts bei rum hier. Wow. War das vorher auch schon so viel? Was kommt mir so viel vor? Die ist ja mehr als vorher. Okay, abgefahren. Ein bisschen Kupfer habe ich zumindest gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Ich hätte gerne noch viel mehr. Aber naja. So. Dann haben wir das auch. Ja gut, 24 kann man jetzt nicht meckern. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Schmelzen das Ganze noch. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Denn ich, wie gesagt, jetzt ist eine fixe Aufnahme. Ich muss zusehen, dass ich hier noch ein bisschen was anderes schaffe. Es ist nämlich schon so spät. Und ich drücke das gerade alles hier wieder zusammen. Irgendwie in eine Knauschzone, dass ich das alles noch schaffe heute. Das heißt, die nächste Episode müssen wir mal gucken, ob ich die ein bisschen länger machen kann. Dass ihr ein bisschen mehr davon habt. So. Gucken wir mal. Das bringen wir zurück. Wir haben ja im Grunde mal wieder nur den alltäglichen Wahnsinn gemacht. Wir haben ja die Hütte umgedreht. Äh, umgedreht, sag ich schon. Verschoben. Wir haben eine Hütte gebaut. Wir könnten mal schauen, dass wir mal die ganze Dekoration hier, die ganzen Möbel, was wir haben, mal ein bisschen sortieren. Und mal schauen, ob wir da nicht vielleicht das eine oder andere in die Hütte reinstellen können. Von den anderen Häusern. Dass wir ein bisschen freikriegen. Die Dinger. Das könnten wir mal gucken. So, das geht da rein. Das geht da rein. Das können wir noch ein bisschen schreddern. Und dann schmelzen wir noch kurz ein, zwei Oras. Damit das auch erledigt ist. So. Gucken, dann haben wir das auch alles erledigt. Nice. Nice, nice, nice. So, das geht da auch alles rein. Blub, 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 blub. Okay, sechs Barren haben wir wieder. Nice. Ist ja schon mal ein Anfang. Das Grün kommt noch hier rüber. Ah, hier ist auch noch irgendwas. Ah, das lassen wir erstmal liegen. Ist egal. Du kommst da hin und der Rest kommt hier drüben hin. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Oh, die Episode ist ein bisschen kurz eigentlich noch, ne? Was könnte ich denn jetzt noch reißen auf die Schnelle? Denke er noch. Ich will die aber auch nicht zu lang machen. Was könnte ich denn noch reißen? Wir haben das jetzt gemacht. Und das vorbereitet. Hm. Was könnten wir denn noch machen? Wir können kurz bei Schäler nachgucken. Vielleicht hat die noch was Interessantes, was wir kaufen können. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Dass wir ein bisschen Dings reinkriegen. Vielleicht hat es irgendwas Einfaches, wo wir schnell Kohle kriegen können, wenn wir da genug davon haben. Schau mal, die sitzen bestimmt alle bei Schäler, oder? Yo, Tatsache. Hier ist was los. Taka-Box Spezial. Körner-Penning-Top-Dings für High-Quality-Milk. Ja, High-Quality-Milk ist kein Problem. Das kriegen wir noch hin. Habe ich aber nicht so viel von, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, ich habe nicht so viel davon. Ich finde es interessant, dass alle dann abends da hingehen jetzt. Das müsste normalerweise dann hier ins Dorfzentrum eigentlich gebaut werden und nicht so abseits. Aber passt schon. Das passt schon. So, gucken wir mal, wie viel habe ich denn noch an Milch? Habe ich ein bisschen Milch? Ich glaube, nicht so viel, ne? Ich habe auch keine mehr gefarmt seit Ewigkeiten. Wow, sechs Stück, bitte nicht so viel. Bitte nicht so viel. Na, gucken wir mal, was Top-Dings sind, ne? Für die Milch. Sechs Stück. Schauen wir mal. Dann geben wir die noch ab und dann soll es das aber definitiv gewesen sein, weil ich stehe hier auf glühenden Kohlen. Ich muss mich ein bisschen reinhalten heute. So. Mal schauen, vielleicht kann ich morgen, ja, morgen können wir mal gucken, ein paar Häuser vielleicht einrichten oder sowas. Das ist ja mal eine Idee. Ich will mir das mal angucken. Ich würde auch gerne hier ein bisschen weiterbauen, nach unserem Friedhof. Müssen wir auch nochmal dran arbeiten. So, hey, Schäler. Willkommen zur Tockebox. Was kann ich für dich tun, Possum? Äh, ich will was verkaufen. Unabhängend Top-Dings for high quality milk. Hier, das war ein Zufall. Hmm, some great produce here, jo. 40.000, klingt gut. Dankeschön. Mach's gut. Boah, es sind alle da. Gut, ich lasse an, ey. Es sind alle da. Guck mal, da haben wir die Kohle wieder rausgekriegt. Nice. Es hat ja funktioniert wieder. Kohle ausgegeben, Kohle wieder reingeholt. Bisschen Gewinn gemacht. Hey, Theodor. Theodor ist ein bisschen der Solo-Nerd hier, ne? Hätte ich jetzt so das Gefühl. Er ist so der Einzige, der hier rumgurkt. Allein halten alle anderen sitzen in einem Tockebox. Naja, wir auch nicht. Wir gehen jetzt ins Bett. Das machen wir jetzt. So. Na gut. Call it a day? Ja, definitiv. Ich call it a day und sage, ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.